Oh, es kommt mal wieder eine Option. Kann auch sein, dass der Feuer Drache einfach so geleuchtet hat. Oder ich habe eingesammelt, was er gebrobt hat und habe es irgendwie jetzt gerade nicht realisiert. Trana-Schild, nö. Ja, der Gartenhelm ist besser. Oh, da kommt eine kleine Angriffswelle. Feinde! Zu den Bögen! Es sind zu viele! Mein Burgen für die Rune! Auf meinen Befehl! Schnell! Oh, da kommen jetzt allgemeine Angriffe. Mir nach! Also sie kommen schon angelaufen, das heißt... Für die Rune! Vorwärts! Drohnenkrieger zu mir! Es sind zu viele! Feinde! Feinde! Zu den Bögen! Hier sind wir kleinen Vorteil. Wehrt euch, Schwestern! Weil wir haben den Ecken passende Kontrolle dadurch, dass wir so viele Fernkämpfer haben. Sie kreisen uns ein! Sie kreisen uns ein! Wir müssen gucken, dass wir unsere Nahkämpfer an der Front am Leben halten. Wohin soll ich gehen? Feinde! Zu den Bögen! Elends Segen! Ich habe den Windschützen verloren. Wehrt euch, Schwestern! Sie kreisen uns ein! Ich gehe! Mein Bogen für die Rune! Es sind zu viele! Ich höre! Wir sind in Gefahr! Mein Bogen für die Rune! So, dann mal die Geistbrecher ausschalten. Dann kann ich ja schnell gehen, Dieter. Sie kreisen uns ein! Triggert mir jetzt bloß nicht die nächste... Oh! Wehrt euch, Schwestern! Schön brav erst mal zurückbleiben. Wir müssen Mana regenerieren. Wir müssen auf unseren Nachschub fahren. Was soll ich tun? Gott, haben wir nachher einen Haufen Zeug zum Verkaufen. Auch hier. Aufopferung. Nee, das will ich nicht wirklich. Aura der Stärke haben wir auch rausgelassen. Ja, viel zu verkaufen hier. Du hast noch eine Nosezauber, der bringt auch noch mal Geld. Die Diener der Nacht sind hier. Was soll ich tun? Ich höre? Ich höre? Befehlt! Elends Segen! Wohin soll ich gehen? Ich höre? Vita, Vita jetzt, wieder einer. Befehlt! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? Elend schnell wie ein Pfeil! So, dann holen wir mal die Verstärkung von oben rein. Die sind wieder recht voll. Jetzt gehen wir mal. Bist du spürst? Wohin soll ich gehen? Wohin soll ich euch kommen! Wohin soll ich gehen! Wohin soll ich gehen! Wohin soll ich gehen! Wohin soll ich gehen! Wohin soll ich ja in den Schatten! Wohin soll ich sein! Sie kreisen uns ein. Wehrt euch, Schwestern. Da kommt schon wieder ein Druck. Aber da ist doch meine. Ich gehe. Schnell. Also ja, hier fängt jetzt das große Böse an. Deswegen. Mal überschreiben. Für die Rune. Runenkrieger zu mir. Das ist ein Hinterhalt. Sie kreisen uns ein. Wehrt euch, Schwestern. Wir werden angegriffen. Also ja, jetzt wäre es praktisch, im Fallen Flächenzauber zu haben. Feinde. Zu den Bögen. Wir werden angegriffen. Es sind zu viele. Das ist ein Hinterhalt. Es sind zu viele. Wobei, das kriegen wir jetzt noch gerade gut hin. Es sind zu viele. Wir werden angegriffen. Die Diener der Nacht sind hier. Vorsicht, Gegner. Das Schöne an den Windschützinnen ist auch, sie haben so eine saure Reichweite. Wehrt euch, Schwestern. Ja. Ich gehe. Wart fort mit euch. Geht weg. Die Diener der Nacht sind hier. Wehrt euch, Schwestern. Es sind zu viele. Okay, da kommen jetzt relativ viele an den Rand. Forts, fort mit euch. Ich höre. Wehrt euch, Schwestern. Was soll ich tun? Sie kreisen uns ein. Die Diener der Nacht sind hier. Wir haben auch schon die Hälfte der... Wehrt euch, Schwestern. Elend, Segen. Noch eine Eiswahl. Die Diener der Nacht sind hier. Wehrt euch, Schwestern. Es sind zu viele. Vorsicht, Gegner. Elend, Segen. Wir sind in Gefahr. Wir werden angegriffen. Wir sind in Gefahr. Es sind zu viele. Dann heilen, Männer. Wehrt euch, Schwestern. Ruhnenkrieger zu mir. Es sind zu viele. Dann halten, Männer. Mein Bogen für die Ruhne. Okay, das war fast zu erwarten. Wir sind in Gefahr. Du musst die Verluste hier recht hoch werden. Wir sind in Gefahr. Es sind zu viele. Wehrt euch, Schwestern. Ruhnenkrieger zu mir. Dann halten, Männer. Elend, Segen. Schnell wie ein Pfeil. Mein Bogen für die Ruhne. Ja. Sie kreisen uns ein. So, da sind auch verdammt viele Imperialen übrig geblieben, die ich nicht sehen kann. Es sind zu viele. Dann. Nein. 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 Was soll ich tun? Ja, ich gehe. So, ziehen wir uns erst mal zurück. Ornsritter-Beimplatten. Warum auch immer die Ornsritter-Beimplatten haben. Sogar noch eine Sonnenmünze kriege ich. Unglaublich. Befehlt. Wohin soll ich gehen? Befehlt. Ich höre. Ich höre. Befehlt. Zwei Eismagier fehlen noch, wenn ich richtig zähle. Binden wir die noch aus. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Jetzt werden wir ihn einfach zu retten und zu gehen. Das wird so einfach. Meint ihr nicht? Aber ja, ich glaube mit Elfen war es jetzt definitiv einfacher als mit Orcs. Einfach weil wir die große Anzahl an Fernkämpfern und Magiern haben konnten. Gut, bei Orcs hätten wir Totems gehabt, aber... Ich höre. Ich höre. Was soll ich tun? Totems sind jetzt nicht unbedingt das mächtigste. Ich hätte Veteranen gehabt, ja. Ich hab mir damit. Vielen Dank.